So, ich wage mich jetzt auch mal in Online-Gefilde. Ich habe mir ein günstiges Spiel geholt für 10 Euro. Rising Storm, Pazifik Offensive, Japan gegen die Amis. Wir werden sehen. Ich mache jetzt erstmal die Ausbildung und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und jetzt hoch da! Auf der anderen Seite runter! Ich stehe doch mal da, Alter. Ach, da ist die, Alter, gut. Hab mich verkommen, sorry. So, also, ich glaube, ich komme wieder zurück. Ja, ja. Es gibt immer ein erstes Mal. Ich denke mal, ich muss hier irgendwie gar nicht stampen. Hier durchkriechen, ihr Idioten! Köpfe runter! Aber schön, dass das Spiel in Deutsch ist. Deckung ist das Wichtigste im Leben. Deckung kann sie verstecken und ihnen das Leben retten. Je nachdem, wo sie in Deckung gehen. Gehen Sie jetzt hier in Deckung! 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 Gut. Tja, ihr seht, zu übel bin ich nicht. Also ein bisschen Ego-Schute-Erfahrung habe ich. Feuer frei! Und kontrollieren Sie diesmal Ihre Atmung! Na? Was ist denn Left-Chip? Verdammt normal. Ah, so gut. Komplett verfehlt! Zielen Sie genauer! Ich hab keinen Bock mehr. Ich will jetzt ins Gefecht. Mission verlassen. Genug trainiert. Ich will jetzt kämpfen. Ich seh einfach mal zu. Ich guck erst mal zu. Ich guck erst einfach mal zu. Erst mal das auf mich wirken lassen. Tja, vielleicht spiele ich doch mal kurz 2-3 Minuten. Man muss es dann nicht gleich übertreiben. Die Dauer. Acha. Diese Nuhe toy. Leider? Los Laufere. Oder? 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 Das? Oder? Vielen Dank.